Siehst du da die junge Frau, die ihren Körper verkauft? Sie läuft übern Steindamm und sieht so scheiße aus. Ihre Haare, sie sind fettig und sie hat einen Affen, weil sie ist ein Junkie und hat auch kein Zuhause. Doch du redest nur von Einsamkeit und dass die Sonne für dich nicht scheint. Komm und gib mir dein Hand, ich führe dich durch Deutschlandstraßen. Ich zeig dir Junkies, die echt am Ende sind. Hast du den alten Mann gesehen, nur in der Mülltonne? Er sucht was zu essen oder fand Flaschen. Er hat keine Ehre mehr, die hat er schon versoffen. Denn er ist ein Junkie und hat auch kein Zuhause. Und du redest nur von Einsamkeit und dass die Sonne für dich nicht scheint. Komm und gib mir dein Hand, ich führe dich durch Deutschlandstraßen. Ich zeig dir Junkies, die echt am Ende sind. Hast du den jungen Mann gesehen, an der Herbertstraße? Er verkauft seinen Arsch, weil er ein Stricher ist. Er hat kein Essen und nur ein bisschen Stoff. Denn er ist ein Junkie und hat auch kein Zuhause. Und du redest nur von Einsamkeit und dass die Sonne für dich nicht scheint. Komm und gib mir deine Hand, ich führe dich durch Deutschlandstraßen. Ich zeig dir Junkies, die echt am Ende sind.